Hallo Kai, du bist hier mit Team 4 im Restaurant. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich hier richtig geborgen. Das ist die schöne Atmosphäre. Ja, das ist ja nett, dass wir mal den anderen was dabei haben, damit den Mann hält man ja nicht aus auf die Dauer. Ja, ich muss gerade sagen, vor einem Zuchtball ist halt hier Stress und immer noch 20 Minuten und ich will was essen. Das ist mir langweilig, also das ist mir gar nicht gesperrt. Das ist mir ganz so langweilig, da hätten die mich auch unterhalten können. Ja, ich muss es schon wieder weiter, aber jetzt gibt es gleich was zu essen, dann würde ich hier ein bisschen beruhigen. Wir sind jetzt übrigens hier in CBO ankommen, dann kannst du mal einen Kameraschmink machen. Kulturhauptstadtzeitung überfüllt mit Leuten. Wir sitzen hier im Restaurant im Hintergrund, dass ich bei den ganzen Leuten schon vermatschen bin, wir haben ja schon recht damit angefangen. Ja, und erst mal hier in CBO einnehmen. Check, check. Check, check. Das war's. Kameraaus. Schnitt, Schnitt, Schnitt.